Hi, mein Name ist Janie und ich bin ein Einzelkind. Meine Eltern konnten nach mir keine weiteren Kinder bekommen. Sie liebten mich zu sehr und machten sich immer Sorgen um mich. Eines Tages, als ich in der zweiten Klasse war, brach ein maskierter Einbrecher in unser Haus und begann uns anzuschreien. Mama umarmte mich. Bitte tun Sie unserer Tochter nichts. Wo ist euer Geld? Oh nein, nehmt die Waffe weg. Okay, wir werden Ihnen alles geben, nur tun Sie meiner Tochter nicht weh. Und dann fing Papa an, dem Dieb zu helfen, die Sachen zu packen. Schatz, vergiss nicht die goldene Uhr, die du von deinem Vater geerbt hast. Oh ja, die hätte ich fast vergessen. Oh, und deine Diamantenkette, wo hast du die aufbewahrt? Mom, Dad, wir können ihm nicht alles geben, ruft einfach die Polizei an. Nein, nein, sei still, Schatz, er ist ein Dieb, er weiß, was er tut. Wir können uns nicht einmischen, wir müssen für deine Sicherheit sorgen. Halt die Klappe, Kind, geh in dein Zimmer. Ja, Schatz, du hast den Onkel gehört, geh jetzt. Ja, natürlich, wartet nur auf mich. Ich rannte in mein Zimmer und rief den Notruf. Minuten später kam die Polizei und nahm den Dieb mit, der zum Zeitpunkt gerade mit Papa zu Abend aß. Ja, nun lernt meine Eltern kennen. Sie waren dummerweise in mich verliebt und haben mich angebetet. Das Leben ging so weiter bis zu meinem 15. Geburtstag. Sie schenken mir das tödlichste Geschenk der Welt. Aber bevor ich weitermache, liked und abonniert doch dieses Video. Dann können wir 1000 Euro an eine glückliche Person verschenken, die in den nächsten sieben Tagen ein Abo macht. Als ich an diesem Tag von der Schule nach Hause kam, war ich überrascht, ein seltsames Paar Schuhe vor der Tür zu sehen. Die alten Turnschuhe waren klapprig und hatten Löcher an der Seite. Ich stürmte rein. Mama, wessen Schuhe sind das? Am Küchenfenster saßen meine Mutter und mein Vater und ein Mädchen mit unordentlich lockigen Haar. Janie, das ist Susi. Sie ist deine neue Schwester. Wir haben sie adoptiert, weil wir wussten, dass du dich einsam fühlst. Sie ist was? Schwester, alles Gute. Wer bist du denn? Was ist hier los? Liebling, wie deine Mutter schon sagte, sie ist deine Schwester. Ich bin aufgeregt, euch zu sehen, wie ihr all die verrückten Dinge tut, die Schwestern tun. Komm schon, sei nicht schüchtern, umarme sie. Glücklich? Wie soll mich das glücklich machen? Der hat verzweifelt die Hände hochgeworfen. Diese Kinder heutzutage. Als mein Vater mir Oliver schenkte, war ich begeistert. Papa, Oliver war deine Eidechse. Na und? Wir waren uns sehr nah. Wir haben die gleiche Zahnbürste genutzt. Ich bin ein Mensch, das ist nicht dasselbe. Oh, sprich einfach mit deiner Mutter. Ich verstehe euch Mädchen nicht. Das wird jetzt kompliziert. Aber Mama schien keine Hilfe zu sein. Sie war damit beschäftigt, dem Mädchen die Haare zu flechten und ihr zu erzählen, dass die Pyjama-Partys und Übernachtung kommen würden. Ich konnte nicht glauben, dass meine Eltern ein Kind adoptiert hatten, ohne mich zu fragen. Dann sagte Mama, ich soll meine neue Schwester nach oben bringen. Ich rollte mit den Augen. Ich führte das Mädchen hinaus. Sie sah traurig aus, wodurch ich mich schuldig fühlte. Hey, ich hab das nicht so gemeint. Ich hasse dich nicht oder so. Ich will nur keine Schwester. Sie drehte ihre traurigen Augen zu mir und für einen Moment dachte ich, sie würde weinen. Aber stattdessen brach sie ein manisches Lachen aus. Was für ein Glück. Ich wäre auch eine Schwester. Ähm, ist das gut? Also sag Mama und Papa, sie sollen dich zurückbringen, ja? Mich zurückbringen? Warum denn? Ich bin ein Mensch wie du. Ich verdiene eine Familie. Ich fühlte mich sofort schuldig. Ich wollte sie umarmen, als sie sagte, ja, ich verdiene mehr als eine Familie. Ich verdiene dein Leben und ich werde es mir nehmen. Und dann schlief sie einfach ein. Was ist hier gerade passiert? Beim Abendessen sagten meine Eltern kein Wort. Sie sprachen nur mit Susi und stellten ihr Fragen über die alte Schule, Lehrer und andere Dinge. Ich war so genervt, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekam. Plötzlich sagte sie, von nun an werde ich meinen Geburtstag heute feiern. Denn heute habe ich angefangen, bei euch zu leben. Stimmt's? Ich war so schockiert. Aber Mama und Papa fingen an zu klatschen und zu weinen und Happy Birthday zu singen. Das sollte der schlimmste Geburtstag aller Zeiten werden. Danach ging es nur noch bergab. Susi hatte meinen Louis Vuitton Top an. Hey, zieh das aus. Mein Freund hat es mir letztes Jahr geschenkt. Findest du nicht, dass du fragen solltest? Außerdem kannst du das Oberteil nicht mit diesen schrecklichen Tonschuhen tragen. Und du hast einen Freund? Du bist doch eine Art von Mädchen, die drei Freunde haben könnten. Was soll das heißen? Zieh es einfach aus. Sofort sprang Mom ein. Janie, benimm dich. Sie sieht toll aus. Sie hat unsere Augen nicht, wahr? Mom, wir haben grüne Augen und ihre sind blau. Geh einfach zur Seite. Susi schenkte mir ein böses Grinsen und wandte sich dann mit Hundeaugen zu meiner Mom. Ist schon gut, Mom. Ich werde mich einfach umziehen. Immerhin bin ich nur ein Pflegekind, nicht ihre richtige Schwester. Dann drehte sie sich um und ging. Was war das? Aber offensichtlich hat ihr Zauber gewirkt. Denn Mama fing an zu weinen. Oh, Janie, wie konntest du nur? Vor deiner eigenen Schwester. Sie kam zurück und trug ihren alten Pulli. Dann reichte sie Mom ein Papier. Schau, Mom, was ich gemalt habe, seit ich zu euch gekommen bin. Das Bild war von Mom, Dad und mir und Susi. Und obendrauf schrieb sie, meine glückliche Familie. Ich habe mit den Augen gerollt. Wie alt war sie? Wie fünf? Aber Mama fing total an zu weinen und sagte, das ist so schön. Süße. Oh, Janie, warum kannst du nicht netter zu deiner Schwester sein? Ich kann das nicht fassen. Ich bin gegangen. Ich dachte, vielleicht würde sie mich wenigstens in der Schule in Ruhe lassen. Aber Junge, da habe ich mich geirrt. Beim Mittagessen kam sie in die Cafeteria. Mit all meinen Freunden. Ich schob ihr Tablett zur Seite und setzte mich. Aber bevor ich was sagen konnte, sprang Susi auf und hielt sich die Nase zu. Eww, was für ein furchtbarer Geruch. Es riecht wie dreckige Socken. Es war in Ordnung, bis alle Mädchen sagten sofort, dass sie keine Socken anhätten. Niemand außer mir. Sie schnappten sich die Tabletts und gingen alle eine nach der anderen weg. Ich konnte nicht glauben, dass sie das getan hatte. Susi sagte, verabschiede dich von deinem Sozialleben, Schwesterherz. Nenn mich nie wieder Schwesterherz. Ich hasse dich. Ich ließ mein Tablett stehen und stürmte zur nächsten Klasse. Kaum hatte der Lehrer den Unterricht begonnen, öffnete jemand die Tür. Oh nein, nicht schon wieder. Es war Susi. Sie wollte sogar mein Leben übernehmen. Sie hat sich für alle Kurse angemeldet. Sie grinste mich an, als sie sich hinter mich setzte. Ich schluckte, weil ich Angst hatte. Der Englischlehrer hasste Kinder, die zu spät kamen. Also endete es damit, dass sie sie zum Lesen aufforderte. Susi war entsetzt. Aber ich bin neu, aber nicht blind. Susi wurde rot im Gesicht und alle kicherten. Ich hatte fast Mitleid mit ihr. Der Lehrer konnte ein echter Fiesling sein. Jetzt beeil dich. Ich habe nicht den ganzen Tag, Zeitprinzessin. Äh, äh, wie, 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 äh. Eines der Mädchen von hinten flüsterte laut. Sie ist nicht blind, nur stumm. Hatte Susi wirklich Mühe, das Wort schwarz zu lesen? Oder wollte sie nur sich mit der Lehrerin anlegen? Zu meiner Überraschung waren Susis Augen voll mit Tränen. Sie konnte nicht lesen. Sie fing meinen Blick auf und sofort verwanderte sie sich in Wut. Sie warf ihr Buch hin. Ich habe nichts zu tun, was eine große hässliche Kröte wie sie sagen. Ich bin raus. Damit rannte sie aus dem Zimmer. An diesem Abend beim Abendessen fragten Mama und Papa Susi, wie ihr Tag war. Sie sahen mich sofort an. Vielleicht hatte sie Angst, ich würde ihnen sagen, dass sie Legasthenikerin ist. Es war nicht gut. Können wir über was anderes reden? Papa schien sie nicht gehört zu haben. Wie war's? Susi sprang auf und rannte aus dem Zimmer. Mama lief ihr nach. Ich wusste, ich hätte froh sein sollen, ihre Schwäche gefunden zu haben. Aber ich konnte das Bild von ihr mit den Tränen nicht vergessen. Sie tat mir leid, also schmiedete ich einen Plan. Ich werde dir das Lesen beibringen. Susi starrte mich an. Wer hat dich um deine Hilfe gebeten? Denkst du, ich will lesen lernen? Ich bin so schön, dass ich Geld damit verdienen kann, Influencerin zu sein. Es sind hässliche Menschen wie du, die lesen müssen. Damit schob sie mich vom Bett und wälzte sich zum Schlafen. Die ganze Nacht versuchte ich zu überlegen, was ich tun könnte. Sie war zwar nicht nett zu mir, aber vielleicht kann ich sie nett behandeln. Ich warf die alten schmutzigen Turnschuhe von ihr in den Müll und legte ihr ein neues Paar aus der Louis Vuitton-Kollektion raus. Ich wartete darauf, dass sie aufwacht und sie sieht, dass sie glücklich ist. Aber ich lag so falsch. Sie hat einen riesigen Anfall bekommen. Ich kann sie nicht finden. Wo sind meine Sneakers? Ich hab sie weggeworfen. Schau, ich hab ein neues Paar. Aber Susi war nicht begeistert. Sie brach in Tränen aus. Warum? Warum hast du mir das angetan? Damit schnappte sich ihre Tasche und rannte raus, während Mama und Papa ihr nachriefen. Dann drehte sich Mama zu mir um und schrie mich an. Wie konntest du so gemeinsam, Janie? Die Arme so zu verletzen. Ich? Sie ist die Drama-Queen. Ich hab was Nettes für sie getan und sie benimmt sich so. Du gehst sofort und bringst es in Ordnung. Und warum sollte ich das tun? Sie ist schrecklich zu mir. Mama sah mich an. Du hast die Schuhe weggeworfen, die ihr ihre richtige Mutter geschenkt hat. Oh nein! Ich konnte nicht glauben, was ich getan hatte. Ich rannte sofort los, um die Schuhe zu suchen. Gott sei Dank waren sie noch da. Ich musste sie nur schnell sauber machen und benutzte Teile meiner Schuhe, um den Schaden zu reparieren. Dann machte ich mich auf die Suche nach ihr. Ich fand sie am Bahnhof. Sobald sie mich sah, stand sie auf, aber ich eilte zu ihr. Es tut mir leid, Susi. Ich wusste nicht, dass die von deiner Mutter waren. Dann zeigte ich ihr die Schuhe, die ich repariert hatte. Sie schaute einen Moment lang geschockt. Ich habe sie für dich repariert, weil ich weiß, dass sie nicht die Besten sind. Aber du wirst sie bequemer finden, wenn sie länger halten. Ich weiß, du hast mich, aber ich wollte dir nie wehtun. Ich hatte nur Angst, dass du Mama und Papa wegnimmst. Es tut mir leid. Sie hat immer noch nicht geantwortet, also bin ich gegangen. Ich war schon fast am Ausgang, als ich sie hörte. Warte auf mich! An den Füßen die Turnschuhe, die ich gerade repariert hatte. Wusste ich doch, dass alles noch gut werden würde. Wusste ich doch, dass alles noch gut werden würde.